so auch nicht schlecht dann habe ich Angst wenn er abhaut wir kommen jetzt gerade zu dir gelaufen ich will die Dinger verdammt hier wie cool ja dann ist ja okay da brauchst du noch vier oder sechs Weizen ich weiß gerade nicht wie viele da sind ich will sie schon schnauben da müssen wir ein ordentliches Gehege bauen das ist doch voll minderwertig hier ja mach doch mal das war eh nur provisorisch oh Tore ja ich bin vorher Skalieren dahingetreten gleich der Level ab wie zog mir den besten Tore mit 2 Cows mit Weed das wird auch so zwei Kühe mit Weizen starke starke Leistung das habe ich glaube ich noch nicht mehr echt nicht? mach doch mach doch mach habe ich schon lange im Lacket eigentlich aber das wird irgendwie nicht angeklappt ich frage mich nicht wieso ja die werden dann zurückgelegt als die Archiven jetzt bei jedem Update und was weiß ich ja und bei jedem Neustart heute ist ne Weizenfarbe hinbaue Alex aber warum machst du hier gerade? hier kommt mein Haus hin und dann ne Weizenfarbe na ja Alex wegen Trophys und du kannst nur einmal kriegen Minecraft ich hieß mit hast du erst immer immer wieder dieses Erfolgsgefühl aber Tore hier kommt mein Haus hin und dahinter kommt ne Weizenfarbe ja das stimmt ok also du bist ja dann nicht auf dem Berg da ist nur wenn ich auf dem Berg da fahre ohne Spaß na Steam ich finde es interessieren keine Sau oder? nö nein also im Gegensatz mit euch die Trophie auf der PS3 weil sie nur 1 zu 1 dieselben sind ja ich hoffe ich mich auch nicht so geil drauf wie ihr wollt ich bin auch nicht geil drauf nö nö ich bin da wieder WWS spiel nämlich eng ne Scheiße ja die doll alex die doll alex die da ich mal einfach aus dem Schiff der Platin gemacht man weiß nicht, vielleicht ja einfach die Wand ja warum musst du hier Stunden oder so Alter, keines zu hier davor boah hat noch was zu tun, ne? käme baut Treppe hat noch was zu tun, Leute guck euch das machen jetzt alles mit merle voll na klar, was? ui hab ins Wasser da gehen wir wieder auf uns zu unserem Verbrechen ja die fange ich auch den Messer nicht mehr an schon beim Holzfahren ach, die Brücke machst du, ne? ich fange nicht schon mal an ich werde schon mal so ein Mittelteil machen wo wir auch so ein Springbund ist und so und dann werden wir eine Brücke weiterführen zu dir aber ich weiß nicht, ob du es mit Stützpfeilern irgendwie verkleidt werden soll mal gucken, weiß ich noch nicht ja, die Stützpfeil ich glaube, ich glaube, geile aus, ne? weil da in der Mitte siehst du die in diesem Inseln der Mitte da das ist unser Hauptquartier ey, 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 auch verdammt viel Sand auch verdammt viel Sand dann würde ich sagen, mach ich gar nicht die Blumen drauf, okay? dann machen wir mal gleich die Brücke dahin von meinem Ding aus also ich brauche die heute noch mal anfangen aber weil ich erstmal anderen Kram machen will wie Essenfarben und so aber ich hab, ich hab so viele Blumen gefahren, dass da hammerdauer das ist der hammer ich habe nur irgendwie 4 sind ich brauche nur 3 oder 4 3 du musst ja auch mal mit samen vermehren ja weil so ist echt nervig hier ist mal herzulaufen mit ohne brücke das ist voll kacke noch mal eine scheißbrücke deswegen renne ich ja nicht zu euch würde ich auch nicht rennen wollen da hat ja nichts aus seinem haus ich habe hier schon bestimmt 100 weizen betrieben ach du auch so viel weißt du angebote und mir gleich mal schön dick brote du hast du hast kein ess ich habe ich die ex das erde für ich kann auch noch eis bist du machen die die keine bei dem dicken block haben die erste schicht ist schon mal runter ach so ja ja die erste erde schicht will bleiben nicht gleich ich habe keinen beleidigt aufs maul ja ja ich habe jemand schwer ich habe auch hier mal das ist ein haftjahr die barbys vorbei mit einem lambo und ferrari und er macht nicht kaputt gibst du was eigentlich so ein modding mit autos und so und er würde besser achter waren kannst wo es deutlich mit ihm geben wo es deutlich machen damit aber das hat nicht dafür gemacht so mit loren und so ne auf verschiedene loren typen auch die loren züge und dann kram und deswegen damit aber richtig gut achten kann aber sonst würde ich gar nicht nicht vom haus ja alles schnee ich mache mal die ganze schnee weg aber es ist nicht so klein oder war immer wenn die maus ja oder 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 wenn ich nicht aufnehmen oder alles was man ist nicht ganz schnell der vor allem ist auch da müssen wir es halt im hochland gucken schon können am besten rekt hat er aufnehmen kann aber auch nicht auf mögliche zu zwei wochen vor dem nächsten monatel freitag aufnehmen dann vielleicht nicht nur noch weiter nach dem namen freitag aber ein bisschen mögliche dass jemand ein körper in welchen wird ein körper mein ding fest in einem meter daneben ach so okay nato du musst schon slash eingeben wieso ja wenn du dir zeit schütteln ich habe geschrieben bett nicht bettzeit geschrieben die logik für alex hoch ja das stimmt das ist wahr wenigstens habe ich was zu essen das ist scheiße oder ja die wollen wir so sind rauslaufen habe ich doch da wir hier ein 5x5 tiefes loch ist das da wo ich gerade die erde ausgehoben habe da wo du den sand weggenommen hast mache ich das jetzt nicht halt dann muss ich mir das nochmal angucken ich fühle ich fühle ich fühle ich fühle ich habe ein geräusch vom sack gehen ich habe eigentlich alle löcher die ich gemacht habe wieder ausgefüllt ja das hier wohl nicht ja wo bist du denn da hört man vielleicht da wo der glühbauch gegangen ist das loch gemacht ja das loch hast du gemacht hier rundherum das ff und dann gefahr ich sei daneben das loch hier ja ja da war das kann da verraten und überdrehen habe ich nicht gesehen als ich reingesprungen bin aber den als haupte hast du hast du hier sand gefahren okay das hier habe ich jetzt gemacht ja sieht das so aus ich hab's so gemacht das weiß ich noch da habe ich ja anscheinend und jetzt weiß dass sie ihm glauben dass ich das mit dem haus damals war denn da habe ich hab noch zugemacht hier ist im grünen loch habe ich auch zugemacht aber bei mir leckt das halt so doll dass es immer zurück gesetzt wird ja gerade aber vorhin als es noch zugemacht habe danach wurde es wird zurück gesetzt mein gott nicht vor ort der kameramann war nicht vor markus zu grüßen hallo markus alle machen hallo roman hallo roman und hallo niklas hallo roman hallo denis erasmus der story hängt da oben noch ein baum hat er kann ich auch gar nicht er hat er gestern nicht und er ist nicht richtig lauten machen markus errichtig leute macht euch eine schöne folge gefasst die müsste rauskommen donnerstag glaube ich doch was doch leute richtig gefasst aber wenn ich voll rauskommt ich kommt dann dem abend sogar noch und in ein paar tagen könnt ihr auch richtig von der belge folgen ob es richtig ist bettelt zwischen uns hier nicht und markus gegen kevin aber nichts mit eiztieren wir haben wir schon im battle für folge erwähnt da wird erstmal kevin hier dieses battlefield übernehmen weil markus naja für eine woche nur ja man muss nicht werden ein bisschen pausieren aber eine woche dann dann sind die homos hier am start als gewollt noch er die gebene form 34 ja gut bist du denn auf dem weg zu dir ach da ja ich glaube ich sollte auch erst mal markus singleplayer weitergeben genau markus singleplayer gehen immer noch wenn wir letztende machen und dann nehmen dann sagen ich multipliere ich mache ich alleine das verrate ich nicht ich weiß ja was schon erwähnen kann es kann mal raus ich kann wieder erde abbauen und sammeln die zahlen ich sag ich sag ja kein ok da bricht die ungernes lecker wir übelst gerne nicht tun öffnen ja jetzt leckt es schon wieder nur kurz eine kleine marco kevin ob du irgendetwas regeln kannst es geht ja jetzt geht es wieder zurück gesetzt wollen wir schon wieder bäume pflanzen da jetzt ein paar bäume müssen müssen wir brauchen noch ordentlich voll die ganze schnee ich glaube ich meine ist da bin ich weiß auch mit meinem stimmarek ich habe nirgends wo der gesetz hier mal gestaltet bei uns ich hoffe da schon bei machten bloggen mir die die idee ein wort habe was denn mit was für textur spielt ihr alle sox ja du kennst mein problem ich habe ja ich habe ja ich habe ja ja ich habe ja ich habe gegönnt oder zack so wird halt wachs wachs packi wie du ebenfalls einfach energie sparen und nicht so toll für mich musik das wird sich aus aber ich finde das von handi bei an nur noch am besten, aber das Problem ist halt, äh, die neuste von Hannibalis 1.5 ja ja, das geht gerade nicht so gut, ne? Machen wir uns mal einen Weg da runter. Ich werde immer wieder für Fick nochmal zurückgesetzt. Ich hab auch nicht in die Thron reingeguckt. Doch, bei mir läuft alles flüssig. So, ähm, ich baue hier Erde ab und wird immer wieder von der Erde zurückgelegt. Auf einmal spawnt immer so ein Erdeblock neben mir. Ja, du hast auch vier Biken, nur zwei an mir. Ja, äh, ja. Bei mir war er. Ich brauche so viel Schaufel nach. Eine, 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 eine. Dann muss noch echt noch eine. Alter. Ja, 11 Uhr ist es einfach zu viel. Wir müssen echt scheiße sparen. Hier. Lol. Hier ist die ganze Zeit noch Erde. Oh mein Gott. Wo kommt die denn her? Der wird eben wieder seit 8 Uhr gebaut. Und ich krieg Schaden. Schön gemustert. Ah, ich werde voll abgehen. Was soll ich denn sagen, bei so einer Scheiße? Ach, du sagst, wir können ja. Ich stand da angeblich in der Erde so noch, obwohl ich die schon lange abgebaut habe. Na, Längen. Dann sagst du, stabile Internetleitung von Kevin mit dem Besten. Ja, vor allem von Kevin, ne, ja. Das sowieso. Ja, heute ist ja ein bisschen instabil. Oh, warte, ich mach, wenn ich mal in die Treppe hochgehe, dann mach ich immer so, ich hab meinen Einfinger auf W und währenddessen glosse ich ihn in der Gegend rum. Aber ich, das dauert so ewig, weil ich muss lange mal Treppen hinmachen, ey. Am besten noch aus Erde, damit du deinen Baustil beibehältst. Nee, die Erde ist in Terraforming, eigentlich. Das wäre nachher aus einem ganz anderen Stoff, nur den muss ich einmal noch haben. Lapis Lazuli. Esser. Nicht auf den Sack hier, ey. Ja, mach ich denn. Tradition, Alex. Redstone. Neeeem. Oh. Aber nicht in deine Aufnahme. Ja, wer weiß, ob ich damit aufnehmen kann. Kannst du jetzt gerne machen, Kevin. Ja, da muss ich den Aufnahme mit Erde Terraform, wie ich jetzt mache. Jo, ich mach ja auch grad Schnee, bis jetzt ist, wenn du da neben in der Spitzhacke fahren. Sonst sieht man was von der Welt, ne. Alex, hast du ein bisschen Sand für mich? Nein. Der muss ja selber abbauen. Ne, ein bisschen was, um dein Loch zu stopfen, Alex. Da muss wieder Sand hin ans Wasser. Das war mir nicht dran. Das hat ein Rapport gemacht. Ach so, das. Das hat ein Rapport gemacht. Okay, pass auf, das mache ich schon. Ich sag dir genau, wie viele ich brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Problem haben wir gleich gelöst. Hallo, wer da...